Mohamed Saleh Al-Kilaywi war ein saudiarabischer Fußballspieler. Der Abwehrspieler spielte über zehn Jahre beim Etihad FC und war für die saudiarabische Nationalmannschaft aktiv. Karriere Mohamed Al-Kilaywi spielte von 1989 an über zehn Jahre für den Etihad FC in seiner Geburtsstadt Jeddah. Mit dem Verein gewann er viermal die saudiarabische Meisterschaft sowie dreimal den saudiarabischen Pokal. 2003 wechselte er zu Al-Ali, wo er 2005 seine Karriere beendete. Al-Kilaywi debütierte am 20. Oktober 1992 bei einer 1 zu 3 Niederlage gegen Argentinien für die saudiarabische Nationalmannschaft. Sein erstes Tor erzielte er am 16. Dezember 1997 beim Confederations Cup gegen Australien. Er nahm mit der Mannschaft an den Weltmeisterschaften 1994 in den Vereinigten Staaten und 1998 in Frankreich teil sowie an den Olympischen Spielen. 1996 in Atlanta Am 9. Mai 1998 absolvierte Al-Kilaywi bei einem 2 zu 1 Sieg im Freundschaftsspiel gegen Trinidad und Tobago sein 100-Länderspiel. Nach einem 2 zu 1 Sieg gegen den Irak am 5. Oktober 2001 beendete er nach 163 Spielen seine Nationalmannschaftskarriere. Damit steht er auf Platz 9 der Fußballspieler mit den meisten Länderspielen. Erfolge Etihad FC Saudi-Arabischer Meister Saudi-Arabischer Pokalsieger 1991-1997 2001er Tod Mohamed Al-Kilaywi starb am 13. Juni 2013 in Jeddah im Alter von 41 Jahren an einem Herzfehler.